Paul Janke lässt kein gutes Haar an Eva Bene Tattu. Nach einem vermeintlichen Flirt bei Kampf der Reality-Stars schießt der Ex-Bachelor nun heftig gegen seine Mitstreiterin. Schon vor ihrer Teilnahme kann der 41-Jährige der TV-Bekanntheit nichts abgewinnen. Doch das ändert sich im Laufe der Show. Dennoch springt der Funke nicht über und darüber ist Paul ziemlich dankbar. Wenn man jetzt auch mal weiter guckt, sieht man glaube ich auch, dass ihr wahrer Charakter so ein bisschen durchgekommen ist und ich eigentlich jetzt im Nachhinein die gleiche Meinung habe, wie ich sie vor der Sendung hatte. Dem TV-Star stoßen besonders Evas Lästereien negativ auf. Ebenso missfällt ihm die Respektlosigkeit, mit welcher der Reality-Star seinen Mitstreitern begegnet. Eine Freundschaft oder gar eine Beziehung mit Eva ist für Paul somit wohl ausgeschlossen.